Wie Kandy? Nein, weißt du das jetzt? Ach, wie Kandy. Ja, okay. Pass, den Luki hüpfen wir wieder zwei? Ja. Treffen wir uns dann einfach in der Mitte? Ja. Also je nachdem wo die Zone ist halt. Ja. Ja gut, kann man aber entsprechend mit den Zonen so halt. Ja. Ich glaube, es gehen die beiden Dino Lands? Oder Kessel? Ah, Kessel könnte es wieder ausgehen. Kessel. Wir gehen fix, Kessel. Ich muss raus. Ja, die fliegen doch weiter. Ach, jetzt sind sie rausgegangen. Also Kessel. Sehr wahrscheinlich. Oder will er. So, ein, zwei an Kessel. Weiter fall schon mal bei Kessel. Gut, ich bin zweit weg, um das zu sehen. Wo hocken die? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Da unten. Weiter. Ich sehe einer. Da hinterm Stein. Und dann. Und dann in die Zone. Wachst du dabei, ob die? Ein Hit. oder daraus glänzt kannst du beim game die maps auswählen oder ist das random kann ich auswählen die wüsten map die neue map in dieser stadt runter runter kommen kannst du dann weg ja voll in guten plan jetzt geht es hier voll in die hose ja in der map sind schon einige leute vom tasch runter gefallen ok da hast du landest neben haus ich land am haus viel kommt manchmal von den dächern auch die häuser rein schiiiiiiiit mein gott 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 die wüssten wir schurzel boi super ein rucksack danke für ganz müssen wir forschen hier liegt ein rucksack und ein anderer rucksack hier steht ein motorrad geil ich habe das motorrad umgeschossen das ist schon insane dass man da teilweise von den häusern runterschießen kann jetzt nur mal einen test ich mache mal so hat es verkehrt hat es verkehrt 0 0 nichts 1 zuft oh mein gott das hat es nicht wieder für dir there is someone walking behind you turn around look at me look at me probier was anders hat das irgendwer gehört nein nein weiter sagst du überhaupt noch in der Stadt ja ich bin schon beim Handel welche Stadt wenn du was bekommst du ob du hast du was die sonst muss ich sagen die Das ist ja wie gewesen, du hast mich gehört, du bist mal lab, du bist so eine Kritzen, du hast gar nicht geblieben, du bist neben mir gesteppt und du bist so lange neben mir. Ich habe mich bei erschießen gehört. Nein, ja, ich habe nur selber aufgedingst. Ich habe ein Spotterscope gehabt, war der wohl super cool in der Map. Jetzt ist ein Glück, ist ein Spotterscope. Oder. Kann jeder einmal schießen? Ähm, gleich. Luki, check. Ich habe. Ich habe auch. Ich habe auch. Ich meine, das hat mein Echo gehört. Ja, ich setze alle irgendwo. Ich möchte einmal Waffe wechseln, just in case. Ich nehme. Ich bin. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was? Habt ihr jetzt beide gerade einen Klotze abgelehnt? Scheinbar! Aber ich habe ihn getroffen, oder? Nein, 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 ich habe ihn getroffen, oder? Ich habe ihn lucky gesehen, und wollte ihn eigentlich holen, sobald er hervorkommt, aber habe Martin komplett übersehen. Da holst du Martin wieder, der ist irrelevant, oder? Ah, shit, die Zone habe ich nicht mehr anbereid, ne? Ja. Wird so schön aus von der Luft, oder nur Ablenkung? Na, Martin kriegt so einen Erdschuss. Na. Ja. Da. Na, ich habe ihn einen Terminal. Und da war. Nein, das ist etwas zu dir. Man hat es nicht gewählt. Es ist so schwer. Wir sehen uns beim nächsten Mal.